Auftrag und Verarbeitung, Prüfung und Inspektion, Oberflächenbehandlung und Fluidmanagement. Unser Know-how spielt eine wichtige Rolle bei Produkten, die jeden Tag weltweit verwendet werden. Nordson – Präzisionstechnologielösungen Die Fels sind eine wichtige Rolle, dass wir als Unternehmen haben, ist die Qualität und Customer-Passion. Wir sehen das jeden Tag in den Organisationen, nicht nur von den Menschen, die direktesten zu touchieren, die Kunden die Menschen, die Sie, die Kunden, die Sie, die Kunden, die Sie, die Sie, die Kunden zu gewinnen, die Sie, die Sie. Die Reise von Norton begann 1954, wobei die Wurzeln des Unternehmens bis in das Jahr 1909 zurückreichen. Walter G. Norton und seine beiden Söhne Eric und Evan sahen ihr Unternehmen bei seiner Gründung in Amherst, Ohio, USA als ein lebendiges, selbst erneuerndes, weltweites Unternehmen, das stetig wächst und Wohlstand für seine Kunden, Gesellschafter, Mitarbeiter und Gemeinden schafft. Technologie und Innovation waren der Schlüssel zum frühen Erfolg des Unternehmens. Ein Patent für heißes Airless-Farbspritzverfahren und sonstiges Beschichtungsmaterial wurde das erste in einem weitreichenden Portfolio an innovativen Prozessen und Produkten, die Norton im Laufe der darauffolgenden 60 Jahre nach vorn katapultieren sollten. Die Nords hoben die Bedeutung von Globalität hervor, lange bevor es andere taten. Dieser Glaube führte zur Gründung von Norton-Niederlassungen in Europa, Japan und Mexiko in den 1960er Jahren, in Australien in den 1970er, in Brasilien in den 1980er, in China und Indien in den 1990er Jahren und jüngst in Russland und Südafrika. Heute dient die Philosophie der Nords noch immer als Grundlage für den fortwährenden Erfolg von Norton. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in einer hochmodernen, umweltfreundlichen Einrichtung in Westlake, Ohio, USA und beschäftigt ca. 4000 Mitarbeiter in über 30 Ländern weltweit. Mit einem Führungsteam, das sich für Wachstum und fortwährende Verbesserung einsetzt, ist Norton in drei globalen Segmenten tätig und beliefert Kunden in einer Vielzahl von kurzlebigen, langlebigen und Technologie-Endmärkten. So, within each of the businesses, we have all the critical functions. We have the technical sales force, we have the applications team, we have the product development group, we have the service organization, we've got a responsive supply chain. So, at the end of the day, the customer experience is very good. Nordsons Segment Adhesive Dispensing Systems dient dem Kunden durch die Auftragung und Applikation von Klebstoffen und sonstigen thermoplastischen Materialien während des Fertigungsprozesses. Jüngst ergänzten wir unsere Ressourcen durch eine vollständige Produktlinie, die den Schmelzfluss für die globale Plastikverarbeitungsindustrie umfasst. In der Verpackungsindustrie ist Nordsons weltweiter Marktführer im Bereich Heißschmelz-Klebstoffanlagen. Unsere Produkte versiegeln jedes Jahr Millionen von Kartons und Kisten für Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und vielen anderen Verbrauchsgütern. Nordsons liefert auch Klebstoff-Auftraganlagen für die Fertigung von Umschlägen, Taschen und Wellpappschachteln. Unsere Geräte tragen Klebstoffe, Lösungen, Duftstoffe und dazugehörige Materialien auch auf Babywindeln. Persönliche Hygieneprodukte und chirurgische Kleidung auf. Darüber hinaus finden Sie Klebstoff-Auftraganlagen von Nordsons auch in einer Vielzahl von allgemeinen Produktmontageapplikationen. Zu den wichtigen Endmärkten gehören Haushaltsgeräte, Fahrzeuge, Möbel, Fenster und Türen, Elektronik, Solarelemente und vieles mehr. Spezialisierte Beschichtungsanlagen tragen ebenfalls Klebstoffe bei der Produktion von Klebestreifen, Etiketten, Teppichen und Textilien auf. Wir vervollständigen unser Klebstoff-Auftragangebot mit einer umfassenden Palette an Schmelzauftragkomponenten für Spritzguss und Extrusionsmaschinen in der globalen Plastikverarbeitungsindustrie. Hierzu gehört der schnell wachsende Markt für flexible Verpackungen, wo unsere Komponenten bei der Produktion von hochmodernen, mehrschichtigen Folien eine wichtige Rolle spielen, um Plastikbeutel, Taschen und Höhlen zu formen. Neben den flexiblen Verpackungen ermöglichen unsere Plastikverarbeitungslösungen die Fertigung einer breiten Produktpalette im Bereich Elektronik, Medizin, Baustoffe, Transport und Flugwesen und auf dem Verbraucherendmarkt. Nordsens SIGMIT Advanced Technology Systems liefert Präzisionsauftrag-, Prüf- und Inspektionsoberflächenbehandlungs- und Fluidmanagement-Technologien, um die Anforderungen des Kunden auf den Elektronik-, Medizin- und Industrieendmärkten zu erfüllen. Bei Elektronikapplikationen spielen wir eine entscheidende Rolle bei der Fertigung von Computern, Tablet-PC und Smartphones. Automatisierte Hochgeschwindigkeitsauftrag-Anlagen von Nordson helfen bei der Montage von Halbleiterpaketen und gedruckten Leiterplatten. Diese automatisierten Anlagen werden durch eine umfassende Palette an halbautomatisierten Niederdruckauftrag-Anlagen, Ventilen und Komponenten ergänzt. Zusammen bieten diese Anlagen eine umfassende Auswahl an Lösungen zur präzisen Applikation von Klebstoffen, Dichtmitteln, Fließmitteln, Beschichtungen und Pasten. Vor der Applikation reinigt Nordsens umweltfreundliche Plasmaverarbeitung Oberflächen und verbessert die Stärke der Haftfestigkeit empfindlicher Einheiten für haltbarere Elektronikprodukte. Nach der Applikation stellen Nordsens Prüf- und Inspektionstechnologien die Produktintegrität und Qualität sicher. Unsere Lösungspalette umfasst Röntgenprüfanlagen, optische Inspektions- und Bond-Testinganlagen. Nordson erweitert auch weiterhin seine Präsenz auf dem globalen medizinischen Markt. Ärztliche Endverbraucher vertrauen Nordsens Doppel- und Einzelspritzapplikatoren zur Applikation von Biomaterialien zur Kontrolle von Blutungen und zur Wundtheilung. Wir liefern auch Hochpräzisionskomponenten zur Verbindung von Plastikspritzgussen, die bei Geräten eine wichtige Rolle spielen, die bei der Anästhesie, bei der kardiovaskulären Chirurgie und im Blutmanagement genutzt werden. Darüber hinaus helfen unsere Präzisionstechnologien dabei, Herzschrittmacher, Katheter, Scans, Hörgeräte und sonstige Geräte zu produzieren. Andere medizinische Anwendungen, bei denen Nordson eine Schlüsselrolle spielt, sind medizinische Diagnostik, Erforschung und Verteilung von Arzneimitteln, Zahntechnische Druckungsformen und ästhetische Geräte. Neben Verbraucherelektronik und dem medizinischen Bereich spielen wir eine wichtige Rolle bei unzähligen allgemeinen Industrie- und Produktmontageapplikationen. Wir applizieren Materialien für den Bau von allem, von der Solarzelle bis nun zu LEDs. Unsere Fluidmanagementkomponenten sind bedeutend für pneumatische Steuerungsanlagen, Wasseraufbereitungs- und Analysegeräte und Instrumente. Nordson's Segment Industrial Coating Systems dient den Kunden mit Präzisionsprodukten und Anlagen, die Lacke, Dichtungsmittel, Beschichtungen und sonstige Materialien auf eine breite Reihe von Waren, Auftragen und Härten. Wir lackieren Ihre Haushaltsgeräte, Büroeinrichtungen, Fahrräder, Gitter, Rasenkriegegeräte und viele andere Produkte, die Sie jeden Tag berühren. Unsere automatisierten und manuellen Pulverbeschichtungsanlagen ermöglichen beständige und umweltfreundliche Lackierungen. Unser Pulverbeschichtungsangebot wird durch unsere Nasslack-Produktlinie ergänzt. Diese Anlagen werden verwendet, um alles, von Automobilkomponenten bis hin zu Edelholzprodukten, zu lackieren. Nordson-Systeme werden auch verwendet, um Schutzbeschichtungen auf der Innenseite von Behältern Ihrer Lieblingsnahrungsmittel und Getränke aufzuzeigen. Diese Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsanlagen helfen dabei, die Geschmacksfrische von Produkten zu verstärken und haltbarer zu machen. Und jedes Mal, wenn Sie sich in das Landrad setzen, ist es wahrscheinlich, dass eine Nordson-Technologie dies möglich macht. Unsere Automobilsysteme tragen Lebstoffe und Dichtungsmittel bei einer Vielzahl von Applikationen auf, einschließlich der Versiegelung von Karosselieteilen, der Montage von Windschutzscheiben und der Abdichtung von Aggregatskomponenten. Das Produktangebot dieses Segments wird ergänzt durch UV-Geräte, die in erster Linie bei Hartungsreportungsverfahren für Spezialbeschichtungen, Halbreitermaterialien und Lacke verwendet werden. Zu den Schlüsselmärkten gehören Elektronikgeräte und langlebige Warengüter. Seit der Gründung ist Nordson der Ansicht, eine soziale Verantwortung zu haben, seinen Erfolg zu teilen. Wie Nordsons Mitbegründer Ewen Nord es einst auf den Punkt brachte, um wirklich in Form zu sein, sollten wir lernen, unsere Schenkmuskeln zu trainieren. Jedes Jahr leistet Nordson erhebliche Beiträge an Wohltätigkeitsunternehmen, insbesondere im Bereich Bildung. Darüber hinaus führt das Unternehmen ein Matching-Gifts-Programm, bei dem Spenden von Mitarbeitern und Pensionären an gemeinnützige Organisationen und Schulen aufgestockt werden. Nordsons Time-and-Talent-Volunteer-Programm gibt Mitarbeitern, Pensionären und ihren Familien die Gelegenheit, sich an freiwilligen Aktivitäten zu beteiligen. Seit der Einführung des Programms 1993 leisteten Mitarbeiter von Nordson zehntausende freiwillige Arbeitsstunden in einer Reihe von Aktivitäten. Part of the Giving Back is the time that our employees spend in the community helping out. And it's not just the money, it's their effort, it's their mentorship, it's their energy that they bring to various community activities that make the community a better place. Riches their lives, but it also helps us as we want to grow and expand in a particular community. Nordson ist außerdem bemüht, ein sauberer und ruhiger Nachbar zu sein. Wir verpflichten uns alle geltenden Umweltregelungen zu erfüllen oder zu übertreffen. Wir entwickeln Produkte, die unsere Effizienz erhöhen und Verschwendung verringern. Wir versuchen auch Ressourcen in unseren Fertigungsprozessen klug zu nutzen. Darüber hinaus ermutigen wir Mitarbeiter dazu, sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause umweltbewusst zu handeln. Nordsens Mitbegründer Eric Nord sagte einst, Meine Hoffnung für Nordson liegt darin, dass wir auch weiterhin ein risikofreudiges Unternehmen bleiben, das sich irgendwo an der führenden Spitze bewegt. Das ist nur möglich, wenn wir auch weiterhin Innovatoren und Unternehmer ermutigen und unterstützen. Das ist Nordson. Wir liefern Präzisionstechnologielösungen für den Erfolg unserer Kunden weltweit. Nordson Mitbegründer Eric Nordson Nordson mit Beispiel